unser heutiges türchen führt uns mal wieder nach mittelerde und vielleicht kennt ihr das auch ihr hattet gerade richtig geiles weihnachtsessen und jetzt muss leider abgetrocknet und abgespült werden also am besten in anderer reihenfolge aber wisst ihr was das ganze kann auch ziemlich cool sein und zwar mit diesen herr der ringe geschirrtüchern da macht das abtrocknen doch gleich dreimal so viel spaß und wenn ihr das gewinnen wollt dann beantwortet einfach unsere gewinnspielfrage die ist hier irgendwo verlinkt ich glaube hier unten und mit etwas glück wenn ihr die frage natürlich richtig beantwortet habt könnt ihr dieses coole geschirrtücher set gewinnen